Jo, wo geht's? Langsam bin ich angepisst hier. Kratzt an der Ehre, ja? Reuliger Mist, du gehst durch Ara durch und hier sind viele Meuchelmörder auf die Klasse, oder was? Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht besser ist mit dem Gewehr direkt auf das Target zu gehen, aber... Ich kann mich da auch nicht zu durchreißen. Da ist einer. Ah, super. Der war schönste. Wir können ja einen abstellen, der nur auf die Dinger guckt, dass die irgendwo... Der nächste! Jaja, ich hau die schon hier. Ich hab berutet. Weil dem Dieb wieder stehen. Hier ist einer. Hier ist einer. Ah, das ist eine reine Schadensfrage. Du brauchst einfach nur Damage hier. Und dann geht das. Ist der nächste? Ja. 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 Ja, da ist einer durch. Ich hab's geroutet, aber es ist wahrscheinlich zu spät. Nein! Oh, jetzt haben sie mich aber gleich hier. Scheiße. Wir sind erst bei 50%, oder? 51%, ja. Wir müssen mal was töten, Leute. Sag ich was? Ich hab geroutet. Da ist wieder einer. Oh, shit. Mit einer hab ich geroutet. In der Mitte gehen. Können wir dann weiterlaufen. Da ist wieder einer. Das ist wieder einer. Da, ich hab einen geroutet. Boah, Alter. Hier sind... Ich hab den nächsten schon hier. Nein, der kommt durch! Schnell! Ich hab geroutet. Der steht direkt vorm Enkechner. Junge, Junge. Das war aber im letzten, würde ich sagen. Ja, im letzten. Ja, und auf die Meuchelmörder reichen aber die AE nicht. Da musst du halt direkt Schaden drauf.